Alles klar, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für das Interesse, den beiden Helden. Wir haben in der Vergangenheit natürlich mit Manchester United kommuniziert, aber alles, was es zu dem Thema zu sagen gibt, ist bereits von mir gesagt, von allen Verantwortlichen bei Borussia Dortmund gesagt worden und daran wird sich auch in den nächsten zwei Tagen nichts mehr ändern. Drei Tage, Entschuldigung.